Hi, ich bin Mia, ich bin 16 und ich mache gerade ein Auslandsjahr in Kanada. Genauer gesagt in Maple Ridge, was ich euch heute ein bisschen näher zeigen werde. Ich bin 16 und ich mache gerade ein Auslandsjahr in Kanada. Ich mache gerade ein Auslandsjahr in Kanada. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.